So, die Klasse Heinz ist unterwegs, Serietourenwagen bis 1400. Rommis Lugnick in Führung, ohne Lagenkönnen, das ist voll. Jetzt kommt der Kester, auch der Fehler. Christian Kalle Gäste, Abitur, die Zwift, der kommt aus Oschersleben. Lukas Werner auf Platz 2, die 165, jetzt aber im Handeln. Das ist etwas Stoff-Wettbewerb. Und jetzt kommt der Karte von Oschersleben. Halbzeit, sprang 309, größer, es ist noch kleiner. Ich habe einen Sahlkopf hier gefangen. Ich kann den Schnellkopf hier mit dem Karten schauen. So immer noch unverändert, Zlupnik, Lukas, Holz und dann Christian Kester, Patrick Röte. Christian Kester, jetzt ganz dicht dran, da hat es Axel Holz und dann versucht er reinzustellen. Und jetzt kommt der Angriff von Lukas Werner. Und jetzt kommt der Angriff von Lukas Werner. Jetzt kommt der Zieleinlauf. Lukas Werner gewinnt von Robis Lupnik, Heinz Axel Holz, Christian Kester, Patrick Röte und Peter Ruseler. Die 197 hat abgestellt. Und jetzt kommt der Zieleinlauf. Und jetzt kommt der Zieleinlauf.